Das Heizen fragt nach einer neuen Herangehensweise. Unsere intelligenten Innovationen helfen Ihnen, Ihr Zuhause komfortabel zu heizen. Nehmen Sie beispielsweise die Convector AluTem-Serie, die flexibel genug ist, um sie in jedem Raum einzusetzen. Einer der größten Vorteile ist, dass Sie die AluTem verwenden können, wann es Ihnen passt. Die AluTem verfügt nämlich über einen integrierten Wochentimer und kann mit der Eurom-Smart-App und Sprachsteuerung verwendet werden. Die AluTem-Serie hat ein großes Heizelement aus Aluminium für extra schnelles Aufheizen und ist erhältlich in 1000 Watt, 1500 Watt, 2000 Watt, 2500 Watt, daher auch für größere Räume geeignet. Und die Version von 2000 Watt ist auch in weiß und schwarz erhältlich. Die AluTem-Serie ist einfach an den Wannen zu montieren oder stehend auf subtilen Designfüßen zu setzen. Der ist erhältlich in Metall- oder Glasausführung mit integriertes unauffälliges Display und externer Thermostatsensor für exakte Temperatureinstellung. Diese Heizung lässt sich einfach mit einer unserer anderen Heizungen verbinden, dank der Thermostatgruppensteuerung mit der Eurom-Smart-App und dank unserer intelligenten Software haben Sie keine Probleme mit Temperaturschwankungen. Die Alu-Serie hat einen Kippschutz, Überhitzungsschutz, ist spritzwasserdicht und erzeugt keine Geräusche und Gerüche. Der wird mit einer Fernbedienung geliefert und hat drei Jahre Garantie. Kurz gesagt, ein vielseitiges Heißgerät, das um Ihren nächsten Schritt in Sachen Heißen passt. Der nächste Schritt, wenn es ums Heißen geht.